Alte Bitcoin in Bewegung droht möglicherweise ein weiterer Abverkauf, auch interessante Entwicklungen in Bezug auf das Ethereum-Netzwerk sowie einige Aussagen der SEC und auch des Vorsitzenden Gary Genslers. Der behauptet nämlich, dass bereits ein regulatorisches Framework für Krypto besteht. Seine Behörde, die SEC selber, betont allerdings, dass ein solches Framework noch Jahre dauern kann. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video, wo wir uns mit diesen Thematiken etwas genauer beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir über die verschiedensten Themen, über Bitcoin, über Ethereum, aber eben auch über die SEC. Sie hat sich nämlich jetzt geäußert, Coinbase hatte ja gefordert, dass die SEC hier einige Aussagen zum aktuellen regulatorischen Standard bzw. zu den aktuellen regulatorischen Maßnahmen treffen soll. Nun hat sich die SEC geäußert, allerdings nicht so, wie es die meisten Marktteilnehmer gedacht hatten. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video, lass gerne eine Bewertung und einen Kommentar, darum mich um meine Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank für den Support Freunde, wir springen auf die erste Folie. Nachdem der Bitcoin gestern eher grün tendierte, sehen wir heute schon wieder etwas rot bzw. so eine gewisse Ungewissheit. Das gleiche sahen wir beispielsweise auch bei den Investoren in der vergangenen Woche. Gestern haben wir uns schon über die vergangene Woche unterhalten. Hier nur noch einmal der kurze Hinweis. Auch die institutionellen Investoren haben in der vergangenen Woche rund 54 Millionen US-Dollar aus dem Kryptokapitalmarkt entzogen. Die meisten Abhebungen beziehen sich hierbei auf den Bitcoin, der währenddessen in der vergangenen Woche teilweise auf das Niveau von ca. 26.000 US-Dollar zurückgefallen ist. Damit sehen wir die vierte Woche in Folge von Abflüssen in Bezug auf den Crypto-Asset-Sektor, vor allem eben von den institutionellen, wie es der Bericht von CoinShares hier betonte. CoinShares sagte zudem noch, aus regionaler Sicht waren die Abflüsse breit gefächert, was darauf hindeutet, dass sich die negative Stimmung nicht nur auf einige wenige Anleger konzentriert. Den Bericht zufolge entfielen von diesen knapp 54 Millionen US-Dollar, die entzogen wurden, knapp 38 Millionen US-Dollar nur auf den Bitcoin, der somit eine große Dominanz bei den Abflüssen signalisiert. Ebenfalls können wir auch festhalten, dass sich die Abflüsse von Bitcoin mittlerweile auf knapp 160 Millionen belaufen, wenn wir uns eben die gesamten vergangenen vier Wochen kumuliert einmal anschauen. Es gibt allerdings natürlich auch Bitcoin, die nicht in Bewegung sind, sogar eine ganze Menge. Laut dem neuesten Bericht von CryptoRock sind angeblich 6 Millionen Bitcoin in der Vergangenheit bzw. in den vergangenen 12-13 Jahren verloren gegangen. Das wären knapp 28,5% aller jemals existierenden Bitcoin, was natürlich im Endeffekt bedeuten würde, dass wir im Prinzip keine 21 Millionen Bitcoin haben, sondern eben deutlich weniger. Damit natürlich Stück für Stück das Netzwerk eigentlich sogar, muss man ganz ehrlich sagen, deflationär wird, denn je mehr verloren wird, desto mehr Bitcoin fehlen. Das hat Satoshi Nakamoto ja damals auch mit reingeschrieben. Wenn man seine Bitcoin irgendwie verliert oder so, ist es quasi ein Geschenk an das Netzwerk. Und angeblich wurden dem Netzwerk schon viele Millionen Bitcoin geschenkt. Übersetzen sie natürlich auf die verschiedensten Prinzipien und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mehr als 6 Millionen Bitcoin verloren gegangen sind. Allerdings sind natürlich sehr viele Bitcoin in den vergangenen Jahren inaktiv gewesen und mit Sicherheit sind auch viele Millionen verloren gegangen. Doch wir sehen immer wieder, dass auch sehr, sehr alte Bitcoin auf einmal wieder verschoben wurden. So wie beispielsweise jetzt in diesem Beispiel, wo eine 12 Jahre alte Wallet auf einmal wieder zum Leben erwacht ist. Knapp 139 Bitcoin wurden aus dieser Wallet nun transferiert, 12 Jahre alt. Diese Wallet wurde unter anderem eben auch totgeglaubt. Man hat nicht mehr damit gerechnet, dass es hier noch Bewegungen geht. Die Wallet hat tatsächlich im Juni 2011 für ca. 2250 US-Dollar einige Bitcoin gekauft, die nun insgesamt rund 3,5 Millionen US-Dollar wert sind. Auch andere alte Bitcoin sind in den vergangenen Wochen immer wieder in Bewegung geraten und werden teilweise möglicherweise eben auch verkauft. Historisch gesehen ist es kein gutes Signal, wenn alte Bitcoin auf einmal wieder erwachen oder alte Wallet-Adressen. Man muss aber ganz klar sagen, dass wir übergeordnet aktuell keinen außergewöhnlichen Verkaufsdruck sehen und diese auch nicht unbedingt aufgrund dessen jetzt zu erwarten ist. 139 Bitcoin halten sich in Grenzen. Ich denke mal Effekte aus der Finanzwirtschaft haben hier einen größeren Effekt auf den Markt. Allerdings können wir natürlich insgesamt festhalten, dass sehr, sehr viele Bitcoin schon sehr, sehr lange nicht mehr bewegt wurden und selbstverständlich mit Sicherheit einige Millionen verloren gegangen sind, als sie damals eben noch kaum einen Wert hatten. Kommen wir an dieser Stelle von Bitcoin etwas weg und sprechen über Ethereum. Über Ethereum haben wir in den vergangenen Tagen recht wenig gesprochen, doch es gibt interessante Bewegungen. Vor allem der eigene Coin bzw. der Staked Coin STETH ist in den vergangenen Tagen stärker in den Fokus gerückt. Dabei sah man beispielsweise, dass der insolvente Kryptokreditgeber Celsius eine Wallet-Transaktion mit mehr als 428.000 Staked Ether durchgeführt hatte. Zum Zeitpunkt der Überweisung sprechen wir hier über einen Gesamtwert von knapp 781 Millionen US-Dollar, also ein erheblicher Verkaufsdruck. Sollten diese Ether tatsächlich auf dem Markt landen. On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass auch Celsius vorher eine Test-Transaktion von 0,1 STETH gemacht hat und an dieser Stelle auch der Hinweis an euch, falls ihr Transaktionen macht, schickt erstmal eine Test-Transaktion, um auch auf Nummer sicher zu gehen, dass die Wallet-Adressen und alles was dazu gehört, stimmig sind. Grund zur Annahme, dass Celsius diese Ether weiter staked, gibt beispielsweise eine Transaktion von der vergangenen Woche, wo das Unternehmen bereits 40.928 Ether an die Smart-Contract-Adresse namens Fitchment ETH2 Beacon Depositor 1 übertragen hatte. Dies gibt eben Grund zur Annahme, dass Celsius weiter diese Ether staken will, warum sie sich von Lido zurückziehen, möglicherweise unter anderem aufgrund der Einsatzprovision, die sich auf ca. 10% beläuft. Durch ein neues Update kann man seine Ether jetzt allerdings auch vom Lido-Protokoll selber wieder abziehen. Lido V2 führt zwei Hauptkomponenten ein, wobei der benutzungsorientierteste Aspekt die Abhebung von Ethereum sind. Dadurch können Ethereum-Staker mit Lido die ETH direkt über das Protokoll ablösen, sie somit eben entziehen. Lido ist das wohl größte Ethereum-Staking-Protokoll, welches vor allem auch für den Retail hier von großem Interesse ist. Mit knapp 29% bzw. 6,27 Millionen gestakten Ether haben sie eben einen riesigen Anteil des Ethereum-Stakes und verwalten somit einen Wert von rund 11,3 Milliarden US-Dollar. Dabei ist eine Sache besonders interessant. Ethereum wurde ja zuvor dafür kritisiert, dass man seine Ether recht einfach in den Deposit-Kontrakt einzahlen kann, die Auszahlung allerdings eben bis zum jetzigen Chapella-Update nicht möglich war. Das Ganze geht jetzt quasi in die andere Richtung. So dauert es mittlerweile nicht mal mehr eine Minute, um seine Ether aus dem Deposit-Kontrakt zu entziehen. Auf der anderen Seite dauert es etwa 640 Stunden oder 26 Tage, damit die Ether, die man in den Deposit-Kontrakt eingezahlt werden, auch wirklich für einen arbeiten. Man hat also hier wirklich eine lange Zeit, die benötigt wird, damit die Ether überhaupt für einen arbeiten können. Und dabei kumulieren sich natürlich auch die Ether bzw. stauen sich an, die eben in den Deposit-Kontrakt reingehen wollen. Das Ganze sehen wir beispielsweise anhand dieser Grafik von CryptoQuantity darauf hinweist, dass seitdem Ether von 2.100 US-Dollar rückläufig war, trotzdem die Einzahlungen in den Deposit-Kontrakt stark angestiegen sind. Es gibt momentan 0 ETH in der Ausgangsschlange, auf der anderen Seite rund 1,5 Millionen ETH, die darauf warten, in den Deposit-Kontrakt eingenommen zu werden. Allein innerhalb von drei Tagen wurden mehr als 137.000 Ether bzw. knapp 1,45 Milliarden US-Dollar in den Deposit-Kontrakt reingegeben bzw. warten diese eben aktuell auf ihre Aktivierung. Das Interesse in den Kontrakt einzuzahlen scheint dementsprechend deutlich höher zu sein, als sein Ether wieder rauszuziehen und das, obwohl es gerade in den vergangenen Tagen einige Problematiken gab. Ich denke, ich brauche an dieser Stelle nicht noch einmal erwähnen, dass es natürlich in den vergangenen Tagen eine massive Anfrage in Bezug auf Meme-Coins gab. Das Ganze flach zum aktuellen Zeitpunkt schon wieder ab, man sah allerdings, dass beispielsweise BRC20-Token auf der Bitcoin-Mainchain oder auch ERC20-Token auf der Ethereum-Mainchain hier von besonders großem Interesse geprägt waren. Dementsprechend sahen wir im selben Zusammenhang allerdings auch tatsächlich die ersten Netzwerkausfälle auf der Ethereum-Mainchain. Zuvor sahen wir so etwas noch nicht, nun gab es eben technische Probleme, die nun durch zwei Patches gelöst worden sein sollen. Hierbei gab es zweimal Störungen mit der Block-Finalität, die eben nicht so eingetreten ist, wie sie in der Regel bei einer Blockchain eintreten sollte. Am 12. Mai hielten diese Probleme teilweise sogar bis zu einer Stunde an, was natürlich auch so ein bisschen für Unmut gesorgt hatte. Der Kurs hat jetzt nicht übertrieben negativ darauf reagiert, dennoch sucht die Ethereum-Foundation auch weit nach möglichen Problemen. Unter anderem die hohe Netzwerkauslastung hat wahrscheinlich hier dazu beigetragen, dass die Clients überlastet waren und damit die Transaktionen nicht so verarbeiten konnten, wie sie es eigentlich sollten. Einen Schaden bzw. Einschränkung für die Endbenutzer gab es an dieser Stelle allerdings nicht. An dieser Stelle bleiben wir ganz kurz bei Ethereum, denn ich fand es interessant, auch diese Grafik mal wieder mit reinzunehmen. Vor einigen Monaten gab es sehr, sehr viel Kritik bei Ethereum in Bezug auf Proof-of-Work bzw. den Umstieg auf Proof-of-Stake. Dadurch wird Ethereum natürlich deutlich zentralisierter, das hat man beispielsweise auch daran gesehen, dass viele Relays, also quasi Knotenpunkte, hier von den OFAC-Sanktionen betroffen waren. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir festhalten, dass diese OFAC-konformen Relays von rund 79% auf 27% zurückgegangen sind, somit momentan mehr Relays quasi alle Transaktionen durchlassen und sich eben nicht an die Regulierungsmaßnahmen der US-Regierung bzw. OFAC halten. Meiner Meinung nach auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung, denn wir wollen eben ein offenes, freies Netzwerk, welches nicht beeinflusst werden kann, auch wenn man natürlich gerade in puncto der Kriminalität über den ein oder anderen Aspekt streiten kann. Und genau über diese Streitaspekte hat jetzt auch das US-Justizministerium einige Aussagen getätigt bzw. betonten sie, dass sie nun härter durchgreifen wollen und zwar in Bezug auf Kryptobörsen. Demnach gab es in den vergangenen vier Jahren einen, ich zitiere, signifikanten Anstieg von Kryptokriminalität. Dem Ganzen möchte man jetzt eben entgegenwirken, so hat das US-Justizministerium angekündigt, stärker gegen die verschiedensten Börsen vorzugehen, die eben nicht nur selber kriminell geworden sind, sondern auch die Kriminalität zulassen, was meiner Meinung nach absolut nachvollziehbar ist. Laut den Aussagen des US-Justizministeriums ließen verschiedene Kryptobörsen zu, dass, ich zitiere, Kriminelle von ihren Straftaten profitierten und sich die Beute auszahlen lassen konnten. Dementsprechend haben die Kryptobörsen vielleicht selber nicht illegal agiert, allerdings eben diese Illegalität zugelassen oder halt eben nichts dagegen getan. Demnach seien Unternehmen mit mangelnder Geldwäsche bzw. Kundenidentifizierungsaktionen zukünftig ein Ziel der US-Justiz. Und wo wir beim Thema Regulation sind, so müssen wir uns nun auch noch einmal kurz über die SEC unterhalten. Coinbase hat ja von der SEC gefordert, sich über den aktuellen regulatorischen Rahmen zu äußern, nicht neue Regeln zu finden, sondern einfach zu sagen, welche Regeln zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Dabei haben sie unter anderem Zuspruch von vielen verschiedenen anderen Krypto-Interessensvertretern bekommen, allerdings beispielsweise auch von der US-Handelskammer, also eben auch von Behörden, die nicht auf den Cryptospace spezialisiert sind. Die SEC wurde so stark unter Druck gesetzt, dass sie sich nun eben endlich mal geäußert hatte, auch wenn die Äußerungen hier nicht unbedingt sonderlich aussagekräftig waren. In der Antwort der SEC betonen sie unter anderem, dass Coinbase gar kein Recht hatte, hier solche Fragen zu stellen. Vielleicht erkennt Coinbase dies an und behauptet stattdessen, dass dieses Gericht die Kommission dazu zwingen sollte, auf den kürzlichen von Coinbase eingereichten Regelsetzungsantrag zu reagieren. Aber kein Gesetz oder keine Verordnung verlangt von der Kommission, solche Maßnahmen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu ergreifen. Die SEC weist in ihrer Antwort darauf hin, dass, ich zitiere, nur wenige Monate vergangen sind, seit die Petition von Coinbase eingereicht wurde und noch weniger Zeit vergangen ist, seit Coinbase den Datensatz ergänzt hatte. Und dementsprechend fühlt sich die SEC unter Druck gesetzt. Sie brauchen mehr Zeit und Kapazität, sofuhr die Agentur bzw. Kommissionen fort. Die Überlegungen zu den von Coinbase angestrebten wesentlichen Änderungen, die sich sowohl auf Cryptoassets als auch auf die Wertpapiermärkte im Allgemeinen auswirken können, brauchen Zeit. Einschließlich wie hier Zeit, um abzuwägen, ob die Regelgesetzverfahren in ihrer Hinsicht eingeleitet werden sollen oder nicht. Die SEC kommt somit zu dem Entschluss, dass, ich zitiere, die Tatsache, dass Coinbase möchte, dass seine politischen Präferenzen sofort berücksichtigt werden, keinen Anspruch auf einen außerordentlichen Rechtsbehelf hat, der die Kommission anweist, auf einem seit weniger als einem Jahr anhängigen Regelsatzantrag zu reagieren. Die SEC betont also ganz klar, die Anforderung von Coinbase ist deutlich größer, als sie selber behaupten. Dementsprechend braucht die SEC auch länger, um darauf zu reagieren. Wie bereits eingangs schon von mir erwähnt, wurde die SEC unter Druck gesetzt, eben auf den Antrag von Coinbase zu reagieren. Sie sagen nun allerdings, dieser Antrag liegt noch nicht einmal ein Jahr vor, also bleibt mal geschmeidig. Interessant gab es kurz nachdem dieses Schreiben veröffentlicht wurde, am 15. Mai auf der Financial Market Conference von Gensler einige Aussagen zur aktuellen Thematik. So betont Gary Gensler auf die Frage, warum die SEC keine Regeln für diesen Markt veröffentlicht, dass die Regeln bereits veröffentlicht wurden. Also die SEC betont, es dauert Jahre, bis hier die verschiedenen Aussagen getroffen werden können. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler auf der anderen Seite betont, die Regeln seien bereits veröffentlicht worden. Gensler betonte ebenfalls, dass die SEC bereits schon rechtliche Grundlagen hier ganz klar gemacht hatte. Ebenfalls betonte er auch, dass die meisten Cryptoassets außer Bitcoin unter die Wertpapierdefinition eines Investmentvertrags fallen. Hierbei wurde wieder betont, die meisten Cryptoassets außer Bitcoin, aber eben nicht alle. Er definiert das Ganze folgendermaßen, wenn die Öffentlichkeit Geld in ein gemeinsames Unternehmen investiert und auf Grundlage der Bemühungen anderer Gewinne erwartet, ist es eine Sicherheit, Security, somit eben ein Wertpapier. Es gibt finanzintermediäre Knotenpunkte im Netzwerk und sie müssen sich an die Vorschriften halten, wenn sie Wertpapiere auf ihrer Plattform haben. Das Ganze wurde hier dann erst vor wenigen Stunden noch einmal vom Chief Legal Officer von Coinbase zusammengefasst, der betonte, die SEC teilt dem Gericht mit, dass eine Regelsetzung Jahre dauern kann und sie keine Eile haben. Die SEC räumt ein, dass sie in absehbarer Zukunft weiterhin Durchsetzungsmaßnahmen als Ersatz für die Regelsetzung nutzen wird, aber keine Sorge, diese Durchsetzungsmaßnahmen können letztendlich noch in nicht geplante Regelsetzungen einfließen. Also die SEC scheint hier selber nicht wirklich zu wissen, was sie macht, vor allem wenn man sich mal die Aussagen der SEC vor Gericht anhört und dann wiederum die Aussagen ihres Vorsitzenden Gary Genslers. Abschließend betont der Legal Officer von Coinbase die Gesamtsituation mit den Worten, insgesamt bestärkt die Reaktion der SEC, die seit langem bestehende Besorgnis von Coinbase, dass unsere Branche zu keinem Zeitpunkt Klarheit darüber hat, was die SEC als innerhalb oder außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs liegend betrachten könnte und dass sie dabei wahrscheinlich weiterhin ihre Meinung ändern wird. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt, während der Laufzeit des Kryptoraums, also während sich der Cryptospace in den vergangenen Jahren entwickelt hatte, hat die SEC auch immer wieder andere Aussagen gefunden. Dann kommen auch noch die Ungereimtheiten zwischen den verschiedenen Behörden dazu. Die SEC behauptet in einigen Anklagepunkten, dass Ethereum ein Wertpapier sei, die CFTC betont, dass Ethereum ein Rohstoff sei. Man braucht hier einfach mal jemanden, der über dem Ganzen steht und mit dem Hammer auf den Tisch haut, einen Richter, der eben faktisch sagt, so sieht es aus und so sieht es nicht aus. Ich möchte hier auch jetzt nicht dafür sprechen, ob Kryptowährungen in Wertpapiere sind oder nicht. Ich habe da sowieso nichts zu sagen, aber es wäre doch mal schön, überhaupt zu wissen, woran wir sind, damit die Kryptounternehmen auch auf einer vernünftigen Grundbasis wachsen können. Das heutige Video möchte ich an dieser Stelle allerdings schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und noch weitergeholfen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder, Freunde. Vielen Dank für den Support. Bis morgen. Ciao, ciao.